ja komm okay ich glaube ich weiß wo ich weiß wo wir dann hin müssen damit war dorthin kommen vor allem ich weiß gar nicht warum wir da noch hochgehen wir wissen dass die brücke kaputt ist ja ich glaube ich habe ich habe eine idee aber wir haben ja gleich eine sektion die dem ihr hier ähneln könnte wenn es genauso ist wie auch im ersten teil hätte ich jetzt gesagt ja und da könnte man vielleicht auch runter sollte man vielleicht nicht könnte man ja gar nicht ah cool Wir haben ihn aber ganz schnell wieder rum. Ah Meine Güte Ah Jagt er mir in Schrecken ein Komm Au Au Okay Das Ding ist ja Ich wusste ja, dass der Bär kommen wird Das meinte ich halt mit Ja, da gibt es ja einen Ort Ich wusste, dass der Bär kommen wird, aber Ich hätte nicht gedacht, dass er mir so einen Schrecken einjagen wird Ah, es fängt schon wieder an Es ist so schön So Die Frage Kommen wir da Kommen wir da hin Ja Sehr schön Da kommen wir hin Und so sollten wir aber wieder hochkommen Gut Können wir nochmal gucken, ob wir hier vielleicht ein Mediket haben Welches sich versteckt, aber Ne Dem ist nicht so Schon wieder ein Bären Ne Das ist meins Drei von beiden Haben wir Okay Gut 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 Jemand übersehen haben Bann nicht Aha Aua. Ich muss es noch nur ein bisschen spannender machen. Es muss einen Weg geben, die Tür zu öffnen. Nein! Ey, wenn das nur Laras Gedanken sind, tut es mir schon ein bisschen leid. Es muss irgendwie einen Weg geben, die Tür zu öffnen. Ich werde schon die Wölfe. Ähm, jo. Gut. Nein, wo war ich denn da? Bist du das? Ah. Bleibt jetzt unten? Geht langsam wieder nach oben. Okay. Also, so ein bisschen auf Zeit geht das schon. So, diesen Umweg, den wir jetzt hier gehen, den sollte man eigentlich nicht gehen. Doch, sollte man gehen. Dann sollte man nur den Umweg von unten nicht werden. Oh! Oh! Boah, ho, 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 fool. Uff Ähm, ne, hier, ne, da Aber das ist der schnellste Weg Immer den schnellsten Weg nehmen Tadaaa Und Ich glaube, wenn wir durchgehen, würden wir Das Level beenden, aber das wollen wir noch nicht machen, denn Es gibt noch weitere Radefakte, so wie es aussieht Und die wollen wir natürlich Wenn wir die schon im ersten Anlauf bekommen könnten, wäre es natürlich umso besser So Zack Und Zack Und Sehr schön Sehr schön Okay Ja, das war jetzt nicht irgendwas, wo man sich festhalten sollte Ähm Überhieren Ah Ah Das war knapp Warte mal, wo könnte man eigentlich Wir kommen da ja nicht einfach so hin Ähm Ja Ja Hmmmm. Boah, schwierig. Au. Das... ...rutscht jetzt nicht unbedingt. Was übersehen wir hier? Da dran kommen wir auch nicht. Ein Weg, wie wir da nach oben kommen. Hmmmm. Oh, mein Gehen. Wie ist es? Ah, ja. Ah, ja. Ähm... Kurz überlegen... Kurz überlegen. Kurz mal backtracken. Aber ne, hier ist auch nichts. Okay. Da oben ist es. Da oben ist... ...das goldene Secret. Das, was wir gerne hätten. Nur die Frage ist, wie kommt man da hin? Da muss man... ...byschen... 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 Mit dem Stein hat es nichts zu tun. Ich bin mir fast sicher, dass es hier mit etwas zu tun hat. Gehe ich runter, wollte ich da nicht unbedingt. Das ist nicht möglich. Ne. Was wird es hier sein? Da hinten kamen wir her. Da. Hm. Wenn du da hoch gehst, kommst du trotzdem nicht hier dran. Warum kommt sie da nicht dran? Aha, ne, auch nicht. Da drüben, was haben wir da drüben? Da drüben haben wir das eine. Da kommt sie aber auch nicht rum. Gucken wir nochmal dort. Gucken wir nochmal, was wir dort haben. Irgendwie muss es ja hier was sein. Aber hier hast du auch nichts. Und da kommst du auch nicht. Da kommst du nicht an lange. Das war knapp. Das war knapp. Dann lief schon mal. Wenn ich das nicht, ist es so viel. Ja, ich bin da raus. Vielen Dank.